Hallo zusammen, hier ist wieder euch der Lounge und heute bin ich wieder für euch in Battlefest unterwegs. Und zwar ist heute wieder Mittwoch und das heißt für mich Mythic Plus Chest Opening. Und ja, die Woche habe ich wieder mit meinem Alijar eine Kiste gemacht, mit dem Hordler habe ich es leider vergessen. Aber mittlerweile ist ja auch mein Horden-Jar 385-Equip, da ist es nicht so ganz schlimm, wenn ich jetzt mal ein 380er-Item auslasse. Also ich glaube, mein Lowest-Item ist eh 380er aus der M+. Also sprich, alles andere ist 385 aufwärts. Ja, gut, das muss ich mal gucken, was ich nächste Woche trotzdem mache. Vielleicht das eine oder andere trinket, wenn das rollen würde aus M+, wäre ganz gut. Viel wichtiger ist es eigentlich hier mit meinem Alijar, der ist nämlich nicht ganz so gut equippt. Der hat jetzt 369,93 und ich hoffe, dass ich irgendwas kriege, dass ich jetzt mal über die 370er-Schwelle mit dem drüber komme. Und wie ihr seht, der kann einiges noch gebrauchen. Der hat meistens hier 370er-Items oder so irgendwelche Mythic-Plus-Indies an, weil mit dem bin ich ja quasi nicht am Raiden. Gut, genug der Worte, der Einleitung. Ich würde sagen, wir schauen jetzt einfach mal rein, was drin ist. Handgelenke wären natürlich relativ schick, ja. Was kriege ich? Hände habe ich gekriegt. Crit Mastery. Na ja, na ja. Jetzt nicht, haut mir jetzt nicht übelst vom Hocker, aber sie sind natürlich besser als die, die ich anhabe. Auch aus M+, 10, aber das war wahrscheinlich dann ein direkter Drop. Ich glaube, ich habe die Woche sogar ein 11er mit dem gemacht. Dann nochmal Grüße an die Gruppe, mit der ich gelaufen bin. Die hatten da einen Key gehabt und mich hier Kollegen auf der Friendlist eingeschrieben. Bin ich ein Key, weil ich, ja, weiß ich nicht, da, mit dem habe ich ja nicht viele M+, deswegen habe ich nie dringend einen Raider scoren. Aber es ist immer schwierig, sich da in Random-Gruppen reinzudingsen. Und da ist es ganz gut, wenn man wo mitkommt. Gut, das war es eigentlich schon soweit. Wie gesagt, Hordenschar hat leider keine Kiste. So langsam komme ich mit dem hoch. Jetzt ist der 3,70 zumindest schon mal equipped. Ist schon mal, ja, schon mal auf jeden Fall ein Anfang. Und ich werde jetzt mal gucken, dass ich regelmäßige mit dem auch M+, mache, dass ich dementsprechend ein bisschen gieren kann. Schreibt mir gerne in den Kommentaren, was ihr bekommen habt. Würde mich auf jeden Fall interessieren. Und ja, dann sehen wir uns gerne beim nächsten Video wieder. Euer Schlam. Bis dann. Ciao. Ciao. Ciao.